Willkommen in der Siemens City Wien. Ich darf euch heute das Siemens Campus Microgrid vorstellen. Das ist ein intelligentes System, bestehend aus einer Photovoltaikanlage, Ladeinfrastruktur, einem Batteriespeicher und einem intelligenten Microgrid Controller zur Optimierung des Energiehaushalts hier am Standort. Und wie das im Detail aussieht, schauen wir uns jetzt an. Unsere Photovoltaikanlagen helfen uns unseren CO2-Footprint zu verringern. Die elektrische Energie wird dabei direkt über Wechselrichter ins Campus-Netzwerk eingespeist und dort auch verbraucht. Dieser Stromspeicher hilft uns die elektrische Energie von der Photovoltaik zu speichern und Stromspitzen im Campus-Netz zu optimieren. Mehr Strom brauchen wir auch für unsere Elektrofahrzeugflotte, aber hier geht es nicht nur um intelligentes Laden. Hier geht es darum, dass durch zusätzliches Einhängen von Boxen die Ladeinfrastruktur mit dem Bedarf mitwächst. Auf unserem Standort gibt es verschiedenste Ladelösungen, sowie auch diesen 50 kW Powercharger. Auch dieser wird vom Microgrid direkt gesteuert. Das hilft uns, mit der zusätzlichen Energie für Ladeinfrastruktur umzugehen, ohne einen Netzausbau zu erfordern. Gleich direkt dahinter haben wir unseren Campus Microgrid Controller. Das ist das Herzstück der Anlage. Hier laufen die Datenströme alle zusammen. Hier laufen auch Wetterdaten hinein und hier wird der gesamte Energiehaushalt am Campus optimiert. Damit sind wir am Ende unserer Tour angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Infos findet ihr natürlich auf unserer Website.